Wir haben in der letzten Einheit ein paar Grundunterschiede zwischen Urheber- und Patentrecht entwickelt. Ich möchte das heute noch ein wenig vertiefen mit Ihnen gemeinsam. Beginnen möchte ich noch einmal mit der Betonung, dass es sowohl im Urheber- wie auch im Patentrecht, wenn hier also jetzt Urheber steht, könnte ja auch Erfinder stehen, einen Interessensgegensatz zwischen drei Spielern gibt. Nämlich auf der einen Seite immer dem, der die Idee hat oder dem, der das Werk schafft. Ich nenne ihn jetzt hier auf dieser Folie Urheber. Auf der anderen Seite dem, der das, was erfunden wurde oder das, was geschrieben wurde, verwerten möchte, also zum Beispiel die Universität, der Arbeitgeber, der Verlag. Und auf der dritten Seite die Nutzerinnen und Nutzer, die Allgemeinheit, die möglichst Zugriff haben möchten auf den jeweiligen Inhalt, auf die Idee, auf das Patent, auf das Werk. Und dieses Interessensdreieck wird jetzt sowohl im Urheberrecht wie auch im Patentrecht wie auch in jedem anderen Immaterial-Güterrecht, wo es grundsätzlich besteht, entsprechend aufgeteilt. Aufgrund politischer Entscheidungen, die, das habe ich ganz am Anfang erzählt, nicht immer oder eigentlich sogar fast nie rein nationalstaatliche Entscheidungen sind. Es sind ganz häufig mindestens europarechtlich determinierte Entscheidungen. Lassen Sie mich noch einmal ein wenig trivialisieren. Also, wenn Sie Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler sind, was sind Ihre primären Interessen, wenn Sie was geschrieben haben oder wenn Sie was erfunden haben? Sie wollen auf der einen Seite genannt werden, Reputation haben, in Ihrer Peergroup anerkannt werden und Sie wollen auf der anderen Seite Geld damit verdienen. Wir erforschen alle bezahlt. Letzteres tun Sie regelmäßig, indem Sie jemand anderem, nämlich einem Verwerter, das Recht einräumen, das, was Sie da erfinden, das, was Sie da schreiben, zu verwenden und seinerseits daraus Geld zu machen. Das kann sein, ein Verlag, Sie schließen zum Beispiel einen Verlagsvertrag, weil Sie ein Buch geschrieben haben. Das kann aber auch Ihre Universität oder Ihre Forschungseinrichtung sein, mit der Sie einen Dienstvertrag geschlossen haben, dessen Inhalt ist, bitte forschen, bitte Inhalte produzieren, die dann in weiterer Folge irgendwie verwertet werden. Um noch ein konkretes Beispiel zu machen, wo man dann gleich sieht, dass das relativ kompliziert werden kann im Detail. Wenn Sie sich jetzt ansehen wollten, was die Position ist, die mich hierher jetzt gerade bringt, dann ist das, was ich hier gerade produziere, ziemlich sicher ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Es ist allerdings wahrscheinlich auch im Rahmen meiner Berufstätigkeit erfolgend. Ich bin ja Hochschullehrer an der Universität Wien und rede jetzt hier nicht über Bienenzucht, sondern über mein unmittelbares Fachgebiet. Aber habe an dieser Stelle jetzt eigene Interessen und auch vielleicht Verwertungsinteressen, die nicht notwendigerweise mit denen der Universität Wien korrespondieren würden müssen. Wenn es also jetzt hier einen Konflikt gäbe, ich glaube nicht, dass es ihn gibt, aber wenn es ihn gäbe, müsste man sich im Detail ansehen, ob es eine entsprechende Verwertungsvereinbarung in dem Umfang gibt, dass ich hier jetzt der Universität oder wem auch immer sonst eine Verwertungshandlung an diesem meinem urheberrechtlich geschützten Material eingeräumt habe. Oder eben nicht. Und wenn ich es nicht hätte, dann wäre immer noch ich der Inhaber der Rechte. Dazu komme ich in einer Minute noch etwas vertieft. Bevor ich das tue, aber noch ein dritter ganz wichtiger Spieler. Das ist der Nutzer oder die Allgemeinheit. Das sind Sie, die Sie dieses Video hier jetzt gerade sehen. Sie haben ein Interesse daran, dass das möglichst unmittelbar zugänglich ist und dass Sie zum Beispiel auch dieses Video für weitere Zwecke verwenden können. Also zum Beispiel Studierenden zeigen können oder daraus zitieren können oder daraus vielleicht auch eine CD machen und diese CD dann verkaufen und selbst ein Einkommen daraus generieren. Diese Verwertungsinteressen führen eben dazu, dass es ein Dreieck ist und nicht nur eine binäre Beziehung, von der man immer redet, wo man am besten dieses Dreieck immer mitbedenkt, wenn man beginnt, so etwas wie dieses Video hier zu drehen. Deswegen steht bei diesem Video zum Beispiel dabei, dass es unter einer bestimmten Lizenz zugänglich gemacht wird. Damit macht nämlich der Inhaber der Verwertungsrechte deutlich, wie die Interessen des Dritten aus seiner Sicht zu berücksichtigen sind. Nicht immer gibt es solche Lizenzen. Auch dann, wenn es solche Lizenzen nicht gibt, können bestimmte Verwertungshandlungen trotzdem zulässig sein, weil die Rechtsordnung der Meinung ist, dass die so elementar wichtig sind im Interesse aller, dass es nicht mehr darauf ankommen kann, ob der Urheber oder der Verwerter damit einverstanden ist. Das Wichtigste dafür ist zum Beispiel aus wissenschaftlichen Kontexten zum Beispiel, ist das Zitatrecht. Ich darf ein fremdes Werk zitieren, auch wenn mir weder der Urheber noch der Verwerter ausdrücklich erlaubt hat, dass ich zitiere, weil im Gesetz steht, dass ich das darf, unabhängig von Einwilligung. Und warum steht das im Gesetz? Weil das so wichtig ist für die Entwicklung weiterer wissenschaftlicher Ergebnisse, dass es nicht mehr darauf ankommen kann, was der Einzelne sagt. Solche Einschränkungen gibt es auch. Man nennt das freie Werknutzungen oder Schranken. Wir werden darüber noch etwas vertieft reden. Man muss für heute nur mal mitnehmen, diese Interessen sind auch wichtig und sie spielen in diesem Trilog eine Rolle. In meinem Beispiel jetzt also, wenn ich hier jetzt rede und lehre, unterstellen wir mal, ich würde hier jetzt lernen, dann bin ich, der ich hier lehre, der Urheber. Möglicherweise tue ich das gemeinsam mit Ihnen. Also wenn Sie jetzt hier Antworten geben, wenn wir eine Lernplattform gemeinsam befüllen, dann sind typischerweise auch noch die Studierenden Urheber. Ich nenne sie jetzt mal hier vereinfachen Studierende. Nicht-Urheber ist allerdings der organisatorische Kontext, in dem das stattfindet. Also hier in meinem Beispiel hier jetzt die Universität Wien. Eine Universität ist nicht Urheber. Eine Universität oder eine Forschungseinrichtung kann Verwerter sein, ist aber nicht der Urheber oder die Urheberin. Trotzdem spielt die, deswegen in rot hier, natürlich eine wichtige Rolle, weil die Infrastruktur, die hier zur Verfügung gestellt wird, von der Universität kommt, weil mein monatliches Gehalt von der Universität kommt und weil die eben ihrerseits erhebliche ideelle und materielle Interessen an der Verwertung dieser Inhalte hat. Ich könnte dasselbe Dreieck jetzt spielen mit Patentrecht, ich könnte es mit Markenrecht, mit Wettbewerbsrecht etc. spielen. Es kommt immer dieselbe Grundkonstellation heraus und man muss deswegen überlegen, bin ich jetzt in der Ingenieurwissenschaft und daher wahrscheinlich im Patentrecht oder bin ich im Urheberrecht, weil ich von einem Geisteswissenschaftler ausgehe und muss sich das dann im Detail ein wenig näher ansehen. Ich kann Ihnen jetzt leider nicht ersparen, Juristinnen und Juristen tun das häufig. Ich versuche es eh zu reduzieren, aber ein bisschen muss ich es tun. Ich kann Ihnen leider nicht ersparen, ein bisschen das Gesetz zu zitieren. Wenn Sie das nachlesen wollen, das ist der allererste Link, den ich Ihnen in der allerersten Einheit gegeben habe, kommt aus dem Rechtsinformationssystem des Bundes und ist übrigens nicht urheberrechtlich geschützt. Ich darf das hier jetzt und Sie dürfen das unbeschränkt verwenden. Warum? Weil die Rechtsordnung sagt, Gesetze sind so wichtig, da ist uns das Urheberrecht wurscht. Obwohl es in irgendeinem Ministerium jemand gegeben hat, der das irgendwann mal geschrieben hat, dessen Interessen sind egal. Amtliche Werke sind urheberrechtlich nicht geschützt. Ich darf das also unbeschränkt zitieren und nicht nur in den Grenzen des Zitatrechts. So, da steht jetzt drin, zunächst einmal ganz weit oben, worum es überhaupt geht. Und im Urheberrecht geht es, anders als im Patentrecht, um Werke, nicht um Ideen. Ein Werk ist der wesentliche, der elementare Begriff. Und ein Werk ist, sagt der Paragraph 1 des österreichischen Urheberrechtsgesetzes, eine eigentümliche geistige Schöpfung. Geistig heißt immateriell, kein körperlicher Gegenstand, sondern irgendwo mit meinem Gehirn, meiner Psyche zusammenhängend. Und eigentümlich bedeutet, in dem Werk kommt meine Persönlichkeit zum Ausdruck. Es geht also nicht darum, dass ich eine besonders tolle Idee habe, zum Beispiel man könnte ein Gedicht über einen Vater mit seinem Kind, wo das Kind krank ist, schreiben, sondern wenn ich eine Idee habe, die zu einem Ausdruck führt einer eigentümlichen geistigen Schöpfung. Zum Beispiel zur Formulierung, wer reitet zu spät durch Nacht und Wind. Klammer auf. Darf ich übrigens auch außerhalb der Grenzen des Zitatrechts hier zitieren, weil Goethe bekanntlich seit mehr als 70 Jahren tot ist. Klammer zu. So, also da kommt Goethes Persönlichkeit zum Ausdruck, das ist das, was geschützt wird, die eigentümliche geistige Schöpfung. Und wenn ein solches Werk vorliegt, dann sind wir im Urheberrecht, wenn eine eigentümliche geistige Schöpfung vorliegt, auf den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst. Fast alles, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun, wenn sie in den Humanities tätig sind, sind eigentümliche geistige Schöpfungen auf den Gebieten der Literatur. Dazu gehören insbesondere auch Computerprogramme nebenbei bemerkt. Wenn Sie also irgendwas programmieren, ist das auch ein Werk der Literatur. Das steht in § 2. Schauen Sie nach, wenn Sie es mir nicht glauben. So, heißt, schreibe ich was, kommt darin meine eigentümliche geistige Schöpfung zum Ausdruck. Und das muss nicht besonders toll sein. Ich muss also nicht der beste Wissenschaftler auf der Welt sein. Es reicht schon, wenn ich irgendwer ein ganz schlechter Wissenschaftler bin. Und es muss nirgendwo registriert werden. Und es ist auch egal, ob ich das zu Hause oder im Büro oder in der Nacht oder am Tag schreibe. Es ist auch egal, ob das legal ist, was ich tue oder nicht. In dem Moment, in dem ich eine entsprechende eigentümliche geistige Schöpfung generiere, entsteht ein Werk. Und der, der das Werk geschaffen hat, ist der Urheber. Also ich oder sie, immer eine natürliche Person. Immer eine natürliche Person. Und der Urheber hat, steht dann in § 14, das ausschließliche Recht, diese Werke zu verwerten. Nur der Urheber. Heißt also, dass in dem Moment, in dem ich eine Idee zu einem Werk mache, zunächst einmal alle Rechte bei mir liegen, unabhängig davon, ob ich, wie gesagt, ob ich besonders kreativ bin, besonders intelligent, besonders smart, ob das neu ist und so weiter. Es muss nur die eigentümliche geistige Schöpfung da sein. Und in dem Moment kann ich es verwerten. Und ich kann das verwerten, indem ich dann, spätestens dann, Vereinbarungen darüber schließe. Sogenannte Lizenzvereinbarungen. Zum Beispiel mit einem Verlag. Ich kann einem Verlag sagen, ich habe da jetzt ein Gedicht geschrieben, das finde ich ganz toll. Willst du es drucken? Willst du es ins Internet stellen? Willst du es senden? Dann seid doch so nett und bezahl mir dafür. Oder bezahl mir nicht, ich gebe es dir gratis, Open Office oder Open Source oder Creative Commons und so weiter. Aber ich kann prinzipiell mal dafür Geld verlangen. Ich kann über dieses Verwertungsrecht auch schon disponieren, zumindest grundsätzlich, bevor es überhaupt entstanden ist, das Werk. Wenn ich also einen Dienstvertrag mit der Universität abschließe oder einen Werkvertrag mit irgendeinem Drittmittelgeber, dann kann ich in dem Moment, in dem ich den Vertrag schließe, schon darüber disponieren, was mit den Werken geschehen mag, die ich irgendwann mal schaffen werde. Ich muss aber darüber disponieren. Das passiert nichts automatisch, kann aber zum Beispiel in meinem Dienstvertrag mit meinem Arbeitgeber drinnen stehen. Aufgabe des Dienstnehmers ist es, Videos herzustellen. Die Verwertungsrechte an diesen Videos werden vollumfänglich an den Arbeitgeber abgetreten. Im typischen wissenschaftlichen Zusammenhang an Universitäten, ich rede jetzt kurz mal nur über Universitäten, ist daher schon mal sehr wichtig, sich zu überlegen, was aufgrund des Dienstvertrages, den jemand in einem Wissenschaftssystem abgeschlossen hat, eigentlich genau geschuldet wird. Müssen Professorinnen und Professoren vorlesen oder müssen sie, wenn sie vorlesen, persönliche geistige Schöpfungen schaffen, also urheberrechtlich geschützte Werke und müssen sie über diese Vorlesungsinhalte dann getrennt disponieren, wenn sie zum Beispiel wie hier jetzt ins Video und dann ins Internet gelangen? Oder ist das etwas, was von dem jeweiligen Dienstvertrag so schon irgendwie mit erfasst ist? Aufgabe für zu Hause an alle Professorinnen und Professoren, lesen Sie Ihren Dienstvertrag und schauen Sie, was da drinnen steht. Ich würde vermuten, dass in Ihrem Dienstvertrag was über urheberrechtliche Verwertungsrechte drinnen steht. Spätestens jetzt wissen Sie auch warum und spätestens jetzt wissen Sie auch, warum das wichtig ist. Wenn da nämlich was im Dienstvertrag drinnen steht und Sie dann ein urheberrechtlich geschütztes Werk schaffen und im Dienstvertrag aber drinnen steht, dass die Verwertung bei der jeweiligen Universität liegt, dann können Sie über dieses Werk nicht mehr disponieren, jedenfalls nicht mehr ohne Ihre Universität zu fragen und dann das nicht mehr zum Beispiel für Zwecke Dritter ohne weiteres verwenden. Das ist wahrscheinlich in Bezug auf Ihre Autorschaft als wissenschaftliche Autorin oder Autor nicht so. Da steht in Ihrem Dienstvertrag typischerweise nicht zwingend drinnen, dass Sie an den Büchern, die Sie schreiben, der Universität Wien oder der Universität Salzburg oder der Universität Berlin ein Verwertungsrecht eingeräumt haben. So, das ist das Urheberrecht. Im Patentrecht, sind wir jetzt also bei den Ingenieuren und bei den Naturwissenschaften, ist es alles ähnlich, aber dann auch wieder ein bisschen anders. Im Patentrecht ist es nämlich zunächst einmal so, dass der Schutzgegenstand nicht ein Werk ist, nicht eine persönliche geistige Schöpfung, sondern eine Erfindung. Und eine Erfindung ist im Grunde genommen eine Idee. Jemand hat eine Idee, nämlich es ist eine gute Idee, dass man Strom durch ein Kabel leitet und wenn der Strom stark genug ist, dann glüht das Kabel und es entsteht Licht. So, das ist eine Idee, das ist eine Erfindung, die in Europa, anders als in den USA nebenbei bemerkt, einen technischen Gegenstand zum Gegenstand haben muss. Es muss technisch sein. Eine Erfindung muss auf dem Gebiet der Technik erfolgen und es muss über den Stand der Technik hinausgehen, was sie entwickeln. Das heißt also, sie muss neu sein, die Erfindung. Und neu ist die Erfindung nach § 3 dann, wenn sie nicht dem Stand der Technik entspricht und dem Stand der Technik entspricht alles, was schon bekannt ist, was ein Experte oder eine Expertin in dem jeweiligen Feld kennen würde. Insbesondere also entspricht dem Stand der Technik, was schon patentiert ist. Deswegen ist ein Hauptteil der Arbeit, wenn sie irgendwann mal was patentieren lassen, dass man schaut, ob das nicht irgendwo schon irgendjemand mal erfunden hat, weil es dann insoweit Stand der Technik ist. So, prinzipiell ist es auch im Patent so, dass wer die Erfindung macht, wer der jeweilige Erfinder ist, kann einen Antrag auf Erteilung eines Patents stellen. Klammer auf, wichtig, haben wir schon besprochen. Hier entsteht der Schutz also nicht wie im Urheberrecht automatisch, sondern erst auf Antrag. Man muss zu irgendeinem Amt hingehen, die prüfen das dann und man muss einen Patentantrag stellen, damit man eine entsprechende Patenterteilung erlangen kann. Und zweitens wichtig, das geschieht nicht so wie im Urheberrecht immer so automatisch, dass das nur die natürliche Person ist. Es ist immer auch eine natürliche Person, die was erfindet. Aber es gibt da diesen hässlichen § 7 Absatz 2, in dem dann nämlich drinnen steht, wenn der, der was erfindet, das im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses tut, das ist also ein Beamter, eine Beamtin erfindet was, dann kann der Dienstgeber, ohne dass es einer Vereinbarung mit dem Dienstnehmer bedarf, dessen Diensterfindungen in Anspruch nehmen. So, wenn Sie also jetzt Beamtin oder Beamter sind und Sie erfinden was, dann sagt Ihnen § 7 Absatz 2, anders als vorher bei meinem urheberrechtlichen Fall, es kommt nicht mehr darauf an, was Sie mit Ihrem Dienstgeber oder Ihrer Dienstnehmerin vereinbart haben, sondern es entsteht automatisch der Anspruch, dass der Dienstgeber diese Erfindung verwerten kann. Und jetzt kommt ein kleines hässliches Detail. Es gibt nämlich im Universitätsgesetz 2002 einen Verweis auf diesen § 7. Wenn Sie bisher das irgendwann mal gelesen haben und noch nie verstanden haben, dann haben Sie es hoffentlich jetzt verstanden, warum das da so steht. Es gibt den § 106 Universitätsgesetz 2002 und da findet sich dann plötzlich, über Absatz 1 rede ich gleich, im Absatz 2 die Erklärung, dass auf Diensterfindungen gemäß § 7 Absatz 3 Patentgesetz, also Sie erinnern sich, hier sind wir, Diensterfindungen gemäß § 7 Absatz 3 Patentgesetz, die an einer Universität im Rahmen auch eines privatrechtlichen Dienstverhältnisses erfunden werden. Das Patentgesetz Anwendung findet mit der Maßgabe, dass die Universität als Dienstgeber gemäß § 7 Absatz 2 Patentgesetz gilt. Jetzt sehen Sie, wie Juristen einfache Dinge kompliziert machen. Was heißt das auf Deutsch? Auf Deutsch heißt das, wenn Sie an einer Universität arbeiten und was erfinden im Rahmen Ihrer Diensttätigkeit, ist es wurscht, ob Sie das als Beamter oder als privatrechtlich Angestellter tun, das ist eine Dienstverfindung, für die Ihr Arbeitgeber das Verwertungsrecht zunächst einmal in Anspruch nehmen darf. Sie erfinden also etwas, wo Sie anders als im Urheberrecht nicht zunächst einmal eigenständig disponieren können, sondern wo Ihr Arbeitgeber sagen kann, wir verwerten das mal lieber selber. Unabhängig davon, ob Sie Beamter sind oder in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis. Und deswegen sagt § 106 UG Absatz 3 auch, dass Sie eine Diensterfindung unverzüglich dem Direktorat zur Kenntnis bringen müssen, weil die Universität dann in einer relativ kurzen Frist, aber doch innerhalb einer Frist von drei Monaten zu entscheiden hat, darüber, ob sie diese Erfindung selbst in Anspruch nehmen möchte, also selbst verwerten möchte oder aber das ihrem Dienstnehmer oder ihrer Dienstnehmerin ermöglichen möchte. Also der eigentlich interessante Teil des 106 ist, dass hier eine Unterscheidung getroffen wird zwischen den Ingenieuren und Naturwissenschaften auf der einen Seite, wo es eben diese Privilegierung des Arbeitgebers gibt und den Sozial-, Wirtschafts-, Geisteswissenschaften, wo es diese Privilegierung nicht gibt, weil hier eben nur von Patenten und nicht von Urheberrechten die Rede ist, sodass man sich beim Urheberrecht immer den individuellen Vertrag, die individuelle vertragliche Situation ansehen muss. Der 106 Absatz 1 ist dagegen vergleichsweise sozusagen esoterisch oder schön sprechend oder angenehm zu lesen, ohne weitere größere Bedeutung. Das steht im Wesentlichen nur drinnen, die in europäischen Demokratien Selbstverständlichkeit, dass sie wissenschaftliche Erkenntnisse selbstständig veröffentlichen dürfen und dass sie dabei auch namentlich zu benennen sind. Also eine Sache, die letztlich in der Wissenschaftsethik und in der Wissenschaftsorganisation im Detail dann durchaus schwierig ist und auch je nach Wissenschaftsdisziplin durchaus unterschiedlich gehandhabt wird, wird hier abstrakt insoweit geregelt und insoweit aber auch trivial geregelt, dass wer einen Beitrag geleistet hat, auch namentlich zu nennen ist.